Den interkulturellen Austausch leben. Das ist das Leitbild der Sprachprogramme, die das International Office der Universität Potsdam seinen Partnerhochschulen und Gästen aus aller Welt bietet. Herzstück unserer Kurse ist die deutsche Kultur. Wir bringen unserem Kursteilnehmenden nicht nur die Sprache, sondern auch das Leben in unserem Land näher. Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat und eine Note. Hier gefällt mir einfach alles. Die Arbeit vom Kursbüro ist toll. Die Menschen sind so freundlich, dass es einfach so angenehm ist, dorthin zu kommen und Gespräche zu führen. Dein Interesse ist geweckt? Das bieten wir dir! Ein wissenschaftliches Kursangebot, ein kulturelles Rahmenprogramm, zahlreiche Projekte und Seminare und gemeinsame Freizeitveranstaltungen in und um Potsdam. Professionelle Deutschlehrerinnen und Lehrer fordern und fördern dich je nach deinem persönlichen Sprachniveau. Im Vordergrund steht dabei der Sprachunterricht mit Übungseinheiten zum Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Es wird stets darauf geachtet, einen Bezug zu alltagsrelevanten Themen wie Politik, Kultur und Geschichte herzustellen. Auch deine Grammatikkenntnisse werden im Unterricht erweitert und gefestigt. Es gefällt mir sehr, dass wir hier nicht nur Sprachseminare, sondern auch Seminare in spezifischen Themen haben. Zum Beispiel behandeln wir europäische Märchen in einem Seminar. Je nach deinen Bedürfnissen kannst du zwischen dem Deutschlandkurs Willkommen und der Internationalen Sommerakademie Sanssouci wählen. So können aus fremden Freunden werden. Interaktives Lernen erweitert den eigenen Horizont und hilft dabei, sich weiterzuentwickeln. Die von unseren Tutorinnen geführte Campus-Tour bietet dir neben Orientierung auch einen spannenden Einblick in die Geschichte der historischen Universitätsgebäude. Es war eine gute Wahl und Pazam ist eine sehr schöne Stadt mit vielen Monumenten. Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ein erfahrener Stadtführer zeigt dir Brandenburgs Hauptstadt Potsdam mit ihren zahlreichen Facetten. Berlin ist nur einen Katzensprung entfernt. Da ist das Eintauchen in den Großstadttrubel ein Muss. Sei dabei, wenn wir dir Berlin aus historischer und kultureller Perspektive zeigen. Wähle für dich spannende Seminare und Projekte aus, in denen du deine Sprachkenntnisse unter Beweis stellen kannst. Beispielsweise in unserer Theaterwerkstatt. Scheiße! Das Spielen fördert deine Wahrnehmung von gesprochener Sprache und ermöglicht dir innerhalb der Gemeinschaft das Gruppengefühl zu stärken. Diese Tätigkeiten sind sehr originell. Das ist mein erstes Mal, dass ich eine Theaterwerkstatt mache. Und ich finde es auch toll, dass wir auch immer wieder etwas zusammen unternehmen können, auch mit deutscher Muttersprache. Zusätzlich organisiert das Tutorinnen-Team viele Freizeitveranstaltungen für gemeinsame studentische Abende. Aber sie selbst! Dich hat die Lust auf den interkulturellen Austausch an der Universität Potsdam gepackt? Detaillierte Informationen erhältst du auf unserer Homepage.